Oh nein, nicht noch! Achso, ok. Ich probiere jetzt einfach mal jede Tür aus. Hier war ich auch schon. Ach ne, hier war ich auch schon. Ah, Essen. Da war ich auch schon. Nein! Ach! Da war der eine Alte drin. Was war hier? Ach, hier waren die explosiven Bienen drin. Was ist hier? Hä? Kneipe? War ich hier schon mal? Ja, hier war ich schon mal. Was sagst du denn hier als Gosse? Check down. Was tut er? Nö, egal. Oh. Nööööööööööööööhm. Ah, hier unten war die Bronzestatoren. Äh... Äh... Jaja... diese Stadt regt mich auf eine der Bauzimmer aus offensichtlich irgendwo ein Prozent nachher wir auch schon nein die Tür ist echt zu schnell das geht gar nicht ich will nicht nur das ist dieselbe er ist der selbe er ist von der Exklusiven hat Ha Wo muss ich denn hier noch hin? Also gut, hier in der Stadt scheint nichts mehr zu sein Und weiter und wieder, hier in der Stadt Ich säkere dich aber nicht lieber nichts mehr zu sein Hier in der Stadt So ein Verdreckter Voll mit Spaten Gibt's ja gar nicht Moment So Diesmal jetzt, jetzt, jetzt weiter Okay, ich weiß jetzt ungefähr Ich hab mir jetzt überall lang gelaufen Und es geht mir lange auf den Sack Angeblich soll das hier irgendwo sein Also schauen wir mal nach Wo war denn Und das soll jemand finden Das soll jemand finden Ja, die drei Prinzessinnen retten Sicher Das ist doch echt Nee, also sowas finde ich auch nicht mehr lustig Irgendwie Sowas regt mich nur auf Ja, äh Ich hätte eigentlich mal gucken sollen, ob ich da auch den Pokal abgeben soll Ich geh da nochmal hin Hm Wenn das jetzt wirklich da ist, dann Äh, ja Ich kann ja immer noch nicht durch Ich muss da echt diesen Den Typen hier nehmen Ah,ahahaha Den muss ich hier auch abgeben Man braucht die vier Kronenjuwelen, um dieses gigantische Fels-Tor zu öffnen Aha was auch immer das gigantische Fels-Tor ist. Hopps. So, ich glaube, damit habe ich hier aber alles erledigt.